Das mittelhessische Alsfeld liegt ca. 46 Kilometer östlich von Marburg im Bundesland Hessen. Zwischen dem Sportplatz und der Stadt Alsfeld liegt der Stellplatz am Erlenstadion. Der Platz bietet für ca. 45 wohnmobile Stellflächen an. Gleich bei der Einfahrt steht die Ver- und Entsorgung mit einer Sunny-Station und einem Bodeneinlass. Daneben finde ich den Münzzahlautomaten. Der Stellplatz selbst grenzt an einem Parkplatz, in dem mittig hohe Tannen stehen. An mehreren Stellen stehen Tische und Bänke für uns zur Verfügung. Münzbetriebene Stromsäulen sind ebenfalls vorhanden. Der ganze Stellplatz ist ruhig gelegen und inmitten der Natur. Nachts ist der Platz beleuchtet. Damit auch wir hier mit der Welt verbunden sein können, gibt es auf dem ganzen Platz freies WLAN. Bei der Einfahrt steht eine Informationstafel mit einer Karte, auf deren alle Sehenswürdigkeiten, Restaurant und Einkaufsmöglichkeiten aufgezeigt sind. Und für die Radfahrer, verschiedene Radwege können direkt vom Stellplatz angefahren werden. Wir möchten die in 350 Meter liegende historische Altstadt zu Fuss besuchen. Dazu überqueren wir die Schwalm, laufen am ehemaligen Gefangenenverlies, dem Leonardsturm, aus dem Jahre 1386 vorbei und kommen an unzähligen Fachwerkhäuser, die zum Teil aus dem 14. Jahrhundert stammen, vorbei. Schön renoviert und aufgefrischt stehen die Häuser aneinandergereiht und deuten mir den Weg zum Stadtkern. Imposant steht das Rathaus am Markt. Daneben die Walpurgiskirche aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Ich schaue mich um und sehe immer wieder etwas Interessantes aus dem Mittelalter. Für mich ist der schönste Ort beim Marktplatz. Von hier aus hat man eine tolle Sicht auf die ganze Baukunst, die während den Jahrhunderten geschaffen wurde. Wer möchte, kann in Alsfeld shoppen oder sich in einer Eisdiele oder einem Café niederlassen. Wir haben viel gesehen und den Nachmittag genossen. Zu guter Letzt laufen wir noch zum Erlenbad. Darin ist neben einem Hallenbad, ein Freibad, eine Sauna und sogar eine Salzgrotte untergebracht. Schön war es hier in Alsfeld. Wir sehen uns, in Alsfeld, ich war schon da. Das war der Rechts- und Ich hoffe auf dem Schluss. Ich freue mich, dass wir mal gut schauen. Wir sehen uns, in Alsfeld. Dann haben wir viermalen Mal eine Glücksgelche, bis zum nächsten Mal. Das war genau. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.